So, zum 12. Endlich Frühstück. Oh, oh, der linke Toast ist schief drin. Warte mal, warte mal. Ja, das ist der FI-Schalter. Der hat mich gerade das Leben gerettet. Der schützt dich vor Stromstöße. Und das ist ein Sicherheitsknopf hier oben. Den muss man alle sechs Monate, also alle halbe Jahre, muss man aber prüfen, ob der auch hier ist. Pass auf. Oh, hier. Hier, mein Horoskop. Das wird ein guter Tag heute. 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 Das wird ein guter Tag heute.